1 Moment des Abspiels zu Reus verpasst er da ziemlich frei in der Mitte war und trotzdem wird gefährlich Also, der ist richtig beflügelt in den vergangenen Wochen und arbeitet weiter an einer möglichen WM-Nominierung, aber das sieht mir stark nach Abseits aus, Bobadilla und dann Reus, der natürlich da keine große Mühe mehr hat, aber ich glaube, wir können uns da festlegen, es sieht nicht nur nach Abseits aus, es war Abseits Hier in der Zeitlupe nicht deutlich zu erkennen, aber in der ersten, meine ich, einen halben Meter gesehen zu haben, den Bobadilla da im Abseitsstand, aber das Tor